Zum ersten Mal am Ball, Wimmer, Netzer, Breitner, Beckenbauer, deutsche Mannschaft sucht den Ball zu halten, Ruhe ins Spiel zu bringen. Wimmer, Colin Bell gegen Wimmer, Sieger bleibt Wimmer. Möglichkeit, erste für die deutsche Mannschaft. Netzer, immer anspielbar der Günther Netzer, großes Pensum genau wie Herbert Wimmer. Das Mittelfeld gehört der deutschen Mannschaft, so kann man ohne Zweifel in dieser Phase des Spiels sagen. Wimmer, und jetzt müsste ein Vorschluss noch einmal kommen in dieser letzten Minute. Das Spiel weitergehen. Wimmer. Wimmer. Letzer. Wimmer, gut getäuscht. Wimmer. 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 Heinkes Übersicht. Wimmer. Kark. Ja, gefährliche Momente der Belgier, aber sie konnten daraus nichts machen. Und liefen immer wieder Gefahr, dann in solche Konter zu laufen, wie dem hier. Über Wimmer, über Heinkes. Doch Weißweiners Entscheidung erweist sich zunächst als Kuh.